Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Eigentlich war geplant, dass ich mit Luca der Boden des Lava in Fortnite spiele. Wir haben jetzt auch eine Stunde dran gesessen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich höre mich immer noch doppelt. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall, damit ich mal Revis Intro ein bisschen übernehmen kann, wir haben uns was besseres überlegt. Und zwar wollte mir Revis seinen Kleiderschrank zeigen. Ja richtig, aber halt diesmal in Fortnite, weil meine Klamotten, ich habe ja jeden Tag das selber an. Erstmal, was hast du da in deinem Gesicht? Das ist, das ist... Luca, ich höre mich doppelt. Es geht nicht. Ja, dann hole ich mir halt neue Kopfhörer-Arsch. Super, machen wir direkt weiter. Also Luca, erstmal das hier ist ein sehr sehr legendärer Skin. Eigentlich geht es heute nur darum, Luca, dass ich dir zeige, wie viel Geld ich schon in Fortnite ausgegeben habe und was du in deinem Leben schon verpasst hast. Hast du, jetzt war ganz ehrlich, kannst du abschätzen, wie viel du schon ausgegeben hast? Ich glaube, wenn ich abschätzen müsste, Luca, und wenn ich jetzt mal wirklich über den Daumen breche, so bestimmt tausend... ...tausend sechshundert Euro. Bist du dieses Wahnsinns? Hä, warum? Entspann dich doch mal, Junge. Digga, ich habe vielleicht 50 Euro ausgegeben. Luca, die Skins... Tausend sechshundert Euro? Das ist eine Altersanlage. Ich habe auch ein bisschen V-Bugs von Epic Games immer war wieder und ein paar Skins auch bekommen, ne? Also das... Altersanlage? Altersvorsorge. Ja, zeig mal, gib mir auch Spind da oben erstmal. V-Bugs ist wie Bitcoins. Also, komm mal hier. Hiiii! Was ist denn das? Ne, geh mal zurück, was ist das? Was denn? Digga, was ist denn das für viele Leute da? Also das sind alle Skins, die ich gekauft habe. Also die sind alle so 20 Euro gewesen, das kann man ja dann hochrechnen. Digga, jetzt mal no shit. Ich habe da vier Skins stehen, ne? Ja, aber du bist ja auch schlecht in dem Spiel, ne? Ja, stimmt. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Je mehr Skins genannt, desto besser ist man, das weiß man. Danke. Guck mal hier. Einer meiner Lieblingsskins ist der hier, weil der sieht einfach aus wie ich. Digga, der sieht aus wie dieser eine komische Lehrer von Harry Potter. Ja? Wer? Der, ähm... Wer? Boah, alle, alle... Ne, alle, die Harry Potter geguckt haben, wissen wen ich meine. Das ist so ein komischer... Ich habe auch Harry Potter... ...no mal Lehrer, der gar nix kann. Professor Quirrell? Erster Teil? Ne. Bei, ähm... Mit dem Basilisken in dem, in dem Dings. Kammer des Schreckens, genau. Ja, wer ist denn das, Alter? Kammer des Schreckens Kars. Ja, Junge, du kannst doch jetzt nicht das komplette Ding durchgucken, Alter. Wir sind doch gerade mitten... Ich habe ihn vor, ich habe schon hier das Kars. Man... Daniel Radcliffe, genau. Haha, natürlich! Der ist der Vater von Harry Potter. Gilderoy Lockhart! Ah, Gilderoy Fickhart, Digga, natürlich. Genau, genau, der sieht genauso aus. Ähm, und wie sieht... Ich zeig den rein in die Kamera. Okay. Ah Gott, die, die sieht aus wie Revins halt. Die sieht aus wie ich, oder? Ja. Und guck mal, die sieht aus wie deine Mutter, oder? Das, ne, meine Mutter hat ein bisschen mehr Muskeln, ja. So? Ja, das könnte hinkommen. Okay. Ich weiß nicht warum, ich finde den übertrieben geil, weil ich mag das Outfit von dem. Mit dem kannst du dich auch gut verstecken, der ist gar nicht so auffällig. Ja, richtig. Wenn es eine Schneemap gäbe, wäre das vollkommen zutreffend. Gibt es mittlerweile Schnee? Ne, aber wir warten alle noch drauf. Vielleicht dann zum neuen Jahr hin und vielleicht eine Weihnachtsversion. Wer weiß, was kommt, ne? Ey, das wäre heftig krass. Wäre geil, wenn du es doch dann wieder spielen könntest, oder? Ich kann es die ganze Zeit spielen. Aber ich tue es nicht. Der hier, Digga, der hier, da gab's Witze, du meinst den Skandal, und der ist nicht tot, der hat ein Kostüm, Mann. Der wird zu dir ganz gut passen. Warum? Guck mal, das war der Original-Skin, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Original nicht. Das Original ist der Skull Trooper, der Shadow Trooper. Der war, Halloween letztes Jahr kam der rein, und der war übertrieben selten, und alle wollten den haben. Jetzt hat Epic Games den einfach nochmal reingemacht, und hat dann den Leuten, die diesen Skin haben, einfach eine andere Fabel gegeben, nämlich so eine. Die sind alle ein bisschen angepisst, deshalb. Ja. Und, was, also mal ganz kurz, was bringen dir Skins? Gar nichts, aber du musst dir vorstellen, Luca, dass so ein Account mit so einem Skin... Da würde ich auch direkt 1600 Euro davor aufgeben. Ja, warte! So ein Account mit so einem Skin wurde teilweise für, glaube ich, 2000 Euro verkauft, oder sowas? Ist kein Witz. Was, was habe ich noch? Welches Skin? Das ist halt wahnsinnig. Welches Skin mache ich noch ganz gerne? Geh mal auf dem da, ganz rechts unten. Der. Da drüber? Ne, links da drüber. Der. 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 Bist du dumm? Wer denn? Zwei runter, geh zwei Bilder runter. Der. Nein, und jetzt zwei nach links, und dann nochmal drei runter. Der. Den. Der ist geil. Der ist ja aus dem Hillary Lockhart von Harry Potter. Alter, soll ich dir ne kurz Story zu dem erzählen? Der war schon bei Season 2 dabei. Okay, guck mal hier. Ernst? Das hier ist Rotkäppchen, Digga. Siehst du das? Ja. Die kenne ich aus dem Film Rotkäppchen. Ja? Ja. Guck mal, bei dem Skin hier habe ich auch an Halloween richtig lustige Sachen gemacht. Hammer. Interessiert dich gar nicht, oder? Ich finde es auch super, wie es geklappt hat, wie wir an Halloween feiern waren. Äh, war doch... Wo waren wir zusammen? Du warst zu Hause, ne? Wir waren... Ich war zu Hause, und du warst dann im Brotshaus. Ja. War doch schön, oder? Echt. War die beste Partie. Okay, guck mal hier. Das hier oben sind die legendären Skins. Das sind die teuersten, ne? Zum Beispiel sie hier, finde ich... Also teuer im Sinne von wirklich monetärer Geldwert, den du dafür erbracht hast? Oder teuer? Genau, den ich hatte gezahlt. Zum Beispiel, guck mal hier. Der Skin hier. Ich mag halt so Wikinger-Skins. Ich guck halt Vikings unglaublich gerne. Sie sieht so ein bisschen okay aus. Ja, ich auch. Und sie sieht zum Beispiel wieder richtig krass aus. Sie ist auch ganz geil, finde ich. Bah, von der hab ich Angst, mach mal weg. Okay. Guck mal, der hat verschiedene Stufen. Ja. Denkst du, ich krieg hier gar nichts mit in meinem Leben, Alter? Weiß ich ja nicht, also keine Ahnung. Das ist doch der neueste, ähm... Schrei. Ja, genau. Das ist doch der neueste Schrei, oder? Boah, es gibt den noch in Schwarz, den hab ich ja noch gar nicht. Ich dachte, ich wär mit Weiß schon durch. Können wir erstmal wieder 4.000 Euro investieren hier. Nee, den kann man gar nicht. Nee, das war doch tatsächlich, als dieses neue Fortnite rauskam mit den Haustieren. Da kam der doch mit auch raus, oder? Ja, genau, genau, genau. Zeig mal deine Pickaxen. Aber wir sind ja gar nicht fertig. Guck mal, hier findest du zum Beispiel den hier. Den find ich übertrieben krass. Ja, der ist da ein bisschen zu lang im Solar... Nee, das ist ne Maske, ne? Jo... Kann er sich kein Gürtel leisten, Alter? Nee, nee, der hat nur... Aber ich mein, die ganze Rüstung ist halt mit Gold beschlagen. Das sind wie die ganzen Leute, die Offwear tragen und dann aber halt keine Hose anhaben, weil sie kein Geld mehr haben für ne Hose. Stimmt. Möchtest du den hässlichsten Skin der Welt kaufen, den keiner gekauft hat, nur ich? Ja, zeig mal. Digga, du bist echt am Arsch. Findest du den nicht geil? Guck mal, der guckt richtig böse, Alter. Ja, ja, klar. Der ist selbst auch böse. Der kann gar kein Headset tragen. Der Skin hier, der Skin hier, das war auch abgefuckt. Der ist cool. Ja, den kann man auch hier abändern. Alter, geil. Das ist wie dieser eine DJ. Ähm... Deft Maus. Steve Aoki. Deft Maus 3. Sie ist auch badass, oder? Den Skin, den gibt's richtig häufig, oder? Die sehe ich richtig oft. Aber, aber halt immer in der Ausführung. So. Nee. So. Ja. Aber ich find's schon geil. Ich mag den Skin, so. Nee. Warte, geh doch mal an deine Skins. Zeig mal bitte ganz unten eben. Ja. Der? Links. Ja. Oh! Das, äh, der... Der sieht doch aus wie Harry Potter. Der, der erinnert mich irgendwie immer an Sturmwaffel. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Stimmt. Warte, der erinnert mich an Sturmwaffel aus dieser einen Dingensatte. Der sieht genauso aus wie Sturmwaffel hier, finde ich. Mal eingeblendet gerade. Ich weiß halt nicht, was du da zeigst, aber ich glaub das einfach mal. Ja, ich zeig's einfach mal. Aber ich muss schon sagen... Ganz ehrlich, wie findest du den? Guck mal hier, der ist schon Killer, oder? Nee. Das passt halt überhaupt nicht. Okay. Zeig mal deine Spitzhacken jetzt. Warte, willst du nicht wissen, welcher mein absoluter Liebeskinn ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich sag's dir trotzdem. Ich find den ja übertrieben geil. Ich find stark, dass er genauso aussieht wie in der kleinen Ansicht da. Weil, guck mal, der kann nämlich auch... Ja, warte mal, der kann nämlich auch so werden. Aber, äh, erst wenn ich halt Schaden verursache, dann wird der halt so, weißt du? Also Rebi, es freut mich echt mega. Ja. Dass du so viel Spaß dran hast. Ich find das voll geil, das ist wie Karten sammeln. Und hier oben sind meine Favoriten. Die hab ich auch immer gern gespielt, weiß ich nicht wieso. Den ja find ich auch ganz geil eigentlich. Nee, der ist fett. Aber mein absoluter Liebeskinn, muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer noch der Raven. Das Ding ist, du denkst halt wirklich, es interessiert mich dann, ne? Findest du den nicht geil? Die mag ich auch ganz gern. Ja, komm, der hier. Nee. Ja, den. Okay, warte. Guck mal, jetzt, jetzt schauen wir mal ganz los, was ich noch so an Rückenaccessoires hab. Rückenaccessoires? Du bist alles überraschend. Guck mal hier. Guck mal, wie viele ich hab. Ist auch schön, oder? So ein Schwert zum Beispiel. Ist das ein Ei? Jaja, ein Osterei, weil ich den dann Oster gekauft hab. Und hier, der hat so eine Fahne im Rücken. Für EM. Hallo. Ja. Oder hier, Drachenflügel. Oder Engelsflügel. Biii. Oder ein Koffer, wenn er zur Arbeit geht. Oder hier, Campingausrüstung. Oder so ein Baseballbad, wenn er sauer ist. Bist du noch da? Luca! Na gut, machen wir mal weiter. Den finde ich natürlich auch ganz geil hier, den Backbling. Guck mal, der hier Luca, das ist Kevin. Was? Guck mal, die Augen wackeln, wenn man den wackelt. Siehst du? Luca. Was ist das denn hier? Den hab ich auch mal geholt. Ja, es gibt schon schöne Backblings. Den finde ich auch ganz geil hier. Das hat eben so Portale, wie man sehen kann. Das finde ich auch ganz geil. Zeig mir mal deine Spitzhacken. Ich muss doch mal kurz in eine frische Luft. Okay, also, Spitzhacken hab ich auch eine Menge. Mhm, geil. Das hier ist so ein Bolzen. Hier sind so Raketen. Das ist eigentlich die geilste, weil die verfärbt sich halt. Der ist geil, den seh ich aber auch häufig. Den haben viele Leute, oder? Der verfärbt sich halt auch immer, wenn man jemanden umbringt, genau. Weißt du was? Ich würd dir einfach sagen, ich zeig dir mal meine Skins. Ja, aber du kannst vorn einer nicht öffnen, ne? Ja. Wie findest du hier, das hier? Ne, den fand ich nie geil. Das ist immer so Blendermäßig. Wie findest du den hier? Der ist heftig. Aha. Was sagst du zu dem? Nö. Guck mal, da kommt ein Laser raus. Ja, aber das ist ein Hai. Der kann nicht fliegen. Der ist geil. Aha. Also du bist so der Autofan, ne? Ja, das ist heftig geil. Ich find den aber auch den hier geil, das ist so ein Gemälde. Ne, das find ich richtig bescheiden, ehrlich gesagt. Okay, und wie findest du den hier, den Waggon? Übelst bescheiden. Okay, was sagst du hierzu? Das ist geil. Wie findest du die hier? Nö. Oh doch, ja, doch. Space Huddle ist auch geil, ne? Der ist auch ganz geil. Also das ist richtig zu dem Basketball kommt. Autoday, das ist cool. Ja, ja, ne? Ich mein immer, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, mach ich das auch eigentlich immer so. Was ist das, ne Tröte? Ne, das ist ein Satellit, also. Na dran. Guck mal, ich hab mir auch hier beide gekauft, weil braucht man ja, ne? Einmal in Weiß und einmal in Schwarz, ne? Das ist ja schon. Sieht man schneller nach unten, wenn man eine Rakete hat oder so? Absolut nicht, ne. Den weiß ich gar nicht, wo ich den her hab. Das ist ein Kuchen, oder? Ja. Stark, jetzt hab ich Hunger. Zeig mir doch jetzt mal nochmal deine Spitzhacken. Ja. Schön, danke. Jetzt kannst du wieder weggehen. Okay, guck mal hier, warte. Ich zeig dir noch ganz kurz meinen Lieblingstanz, okay? Jo, Tänze, das ist cool, ja. Okay, das ist überhaupt nicht cool. Findest du nicht geil, oder? Auch legendär, ne? Schön. Guck sein Gesicht. Schau sein Gesicht an. Junge, Gilderoy, Alter. Gilderoy hat richtig Bock. Der ist auch wichtig. Die kann man, die kann man werfen auf Leute. Ach ja, die, da hatte ich auch mal, als ich mit dir gespielt habe, hab ich auch automatisch. Guck mal hier, Bootshaus, jedes, jedes Wochenende, man kennt ihn. Du kennst einige. Ja. Also ich finde, warte mal. Das passt aber zu dem. Ja, findest du? Wie findest du den? Ne, das ist, passt nicht zu dir, weil der kann das. Wie findest du den? Das wär so ne Bibi. Ja, oder? Und wie ist der? Das ist der Julian Bam. Hättest du da Angst? Mach mal so ein Luca, mach mal so ein Luca-Ding. So Luca ist der hier. Im Club halt immer. Ja, immer. Das ist total du. Also ganz ehrlich. Entweder Dis. Guck mal hier, Philipp Dorset gibt's auch. Aber der hat dann die Schulter gebrochen, ne? Man kennt ihn. Kennst du den? Okay, sag mal jetzt, wo dieser Tanz herkommt. Den kennst du. Doch kennst du, Digga. Das ist der Techno-Viking, kennst du nicht? Ne. Okay. Okay, ja, das war mein Spind, Luca. Also, äh, was soll ich sagen? Also, zu Beginn war ich ja echt motiviert, mir das ja erst anzuschauen. Ja, ja. Aber mittlerweile denk ich mir halt einfach echt nicht. Ah, ah, yeah, yeah, yeah. Und Salto! Und ich muss pinkeln! Du, ist ja echt irgendwie ein bisschen... Also, Luca, wie gefällt dir mein Spind? Ich hab auch noch ganz viele hier, von denen hier, aber da brauchen wir jetzt nicht alle durchgehen, oder? Also... Wie findest du mein Spind, also? Du tust mir, du tust mir ein bisschen leid. Würdest du sagen, das war's Geld wert oder nicht? Ich... Ah... Super, Leute! Dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben, da schaut gerne mal bei Luca vorbei, das war's von diesem tollen Video. Danke für deine subjektive Meinung hier. Ähm, das hat mir echt Freude gemacht. Ja. Und dann, ähm, können wir auch bei dir mal versuchen zu installieren und spielen dann demnächst nochmal, Leute. Nö. Das nach oben. Macht's gut, tschüss! Hintens. Musik 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 Vielen Dank.